Die Jungs von klein auf, das kann ich bei meinen Enkelkindern feststellen, messen sich. Das machen Mädchen nicht. Und zwar unabhängig von der Frage, ob und wie sie erzogen werden. Der Herr Hofreiter hat ein Problem mit seinem Kopf, der schüttelt ihn nicht. Er sieht ja auch schon gendermäßig aus, insofern kann ich das nachvollziehen. Wie finden Sie das gerade?